Schwimmen Sie auch gerne gegen den Strom? Sind Sie Non-Konformist? Dann haben Sie schon eine wichtige Voraussetzung, um reich zu werden. Ich möchte mal ein paar Beispiele berichten von Bekannten von mir. Der eine heißt Eggert Strelitzki und dem gehört das erfolgreichste und größte Hotel Deutschlands. Das ist Estrell Hotel in Neukölln, hat ungefähr 1200 Zimmer. Wo der aber das Hotel gebaut hat, da haben ihn die Leute für verrückt erklärt. Die haben gesagt, das ist der Narr von Neukölln. Warum? Weil Neukölln hatte das schlechteste Image überhaupt von allen Bezirken in Berlin. Das Armenhaus Europas hat man sogar gesagt. Und dann hat er noch sein Hotel direkt neben einem Schrottplatz gebaut. Und zwar nicht ein Ein-Sterne-Hotel, sondern ein Vier-Sterne-Hotel. Da haben die Leute gesagt, der ist ja komplett verrückt. Und einmal, da stand er dann an der Baustelle vor den 17 Krähen, guckt hoch und denkt, Mensch, vielleicht haben die recht, vielleicht bin ich wirklich verrückt. Aber das war nur ein kurzer Gedanke von ihm. Er war später, wie gesagt, so erfolgreich damit, wie keiner sonst mit einem Hotel in Deutschland geworden ist. Ein anderes Beispiel ist ein Freund von mir, Theo Müller. Den kennen Sie ja auch. Alles Müller oder was? Der ist mit Milch und mit Joghurt reich geworden. Und er erzählt mir immer eine lustige Geschichte. Die hat jetzt was mit Kühen zu tun, logischerweise. Kühe sind seine Lieblingstiere, verständlicherweise. Und er sagt, gucken Sie mal, da ist ein Weg, da gehen 100 Kühe entlang. Und auf der linken Seite ist eine Wiese, die ist total saftig, grün, Gras, super alles. Und auf der rechten Seite ist schon vollkommen abgegrast. Nur noch so ein paar Grasbüschel sind da. Und von den 100 Kühen gehen natürlich 99 nach links zu der saftigen Wiese. Und was passiert? Die ist ruckzuck abgegrast. Und eine Kuh geht nach rechts. Und die frisst und frisst und frisst, während die anderen schon nichts mehr zu fressen haben. Da sagt der Müller, gucken Sie mal, die Kuh, die bin ich. Ein anderes Beispiel, bekannter von mir, Jim Rogers. Der ist schon in jungen Jahren sehr reich geworden mit einem Hedgefonds, den er zusammen mit George Soros aufgelegt hat damals. Der hat über 4000 Prozent gemacht in der Zeit, wo der allgemeine Aktienindex der S&P in Amerika nur mal 42 Prozent gebracht hat. Und der hat mir erzählt, dass er damals gerne als Contrarian investiert hat. Also auch gegen den Strom. Zum Beispiel Aktien gekauft hat, die schon total runtergeprügelt waren. Wo jeden Tag negative Berichte waren in den Medien. Der Flugzeughersteller Lockett war so ein Beispiel damals. Und dann saß er eines Abends in New York in einer vornehmen Runde mit Investoren, Finanziers, Bankern. Und da sagt ein Banker zu dem anderen, und zwar so laut, dass jeder es hören konnte. Wie kann man nur Lockett-Aktien kaufen? Und alle haben gelacht. Und sie haben über ihn gelacht, über den Jim Rogers. Und er hat sich nicht gut gefühlt. Er hat sich total schlecht gefühlt damals. Aber später ist er damit unglaublich vermögend geworden. Genau mit dieser Strategie. Deswegen sagt er mir, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und umso lauter die anderen lachen, umso besser ist es. Das ist auch meine Erfahrung. Ich habe übrigens auch in Neukölln ein Mehrfamilienhaus gekauft im Jahr 2004. Da haben ja alle von abgeraten. Die Deutsche Bank, nein, im Gottesnamen, so etwas finanzieren wir nicht. Ferry, die bedeutende Rating-Agentur, hat mir gesagt, Berlin hat ein schlechtes Rating. Und dann auch in Neukölln. Wir raten Ihnen dringend ab. Ich habe das gekauft für 1,2 Millionen Euro. Übrigens ohne eigenes Geld. Alles geliehen. Aber sehr hoch getilgt. Nach zehn Jahren waren von den 1,2 Millionen, war alles getilgt außer 200.000 Euro. Und dann war der Immobilienmarkt total verändert. Alle wollten in Berlin investieren. Alle wollten in Neukölln investieren. Was habe ich dann gemacht? Da habe ich es verkauft. Für 4,2 Millionen. Und habe allein mit dem einen Deal aus 0 Euro 4 Millionen Euro gemacht. Und so konnte ich ein paar Deals in dieser Art und Weise machen. Und wenn Sie also auch so sind, dass Sie sagen, jawohl, ich habe Freude daran, gegen den Strom zu schwimmen, ist ja nicht mehr einfach im Leben. Aber beim Investieren ist es eine tolle Sache und eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Sie vermögend werden. Ist auch eigentlich logisch. Ich meine, wer das macht, was alle machen, der bekommt auch nur das, was alle haben. Und das ist nicht so viel.